Ey, wie schnell das geht, ey. Vor 24 Stunden hatte noch nicht jeder ein Tier und jetzt haben wir schon den Überblick verloren. Ja, aber wir haben halt einfach mal auch die letzten 10 Stunden, oder so, sogar mehr, nur getamed, ne? Ja, sagt man's. Und es lief gut, es lief halt auch wirklich gut, ne? Also wir hatten, glaub ich, auch Glück, so, was das Finden angeht, und haben aber auch, also allein solche Aktionen jetzt hier wie gerade, das war total fett gewesen. Weil so einen 150er female T-Rex siehst du halt auch nicht alle Tage. So gesehen das Zuchtweibchen. Ach, das ist das Zuchtweibchen? Ja, oder? Lutz, wolltest du den haben? Weil ich wollte den leveln. Ne, mach ruhig, ich hab ja meine Katze. Okay. Noch erlebt, Sir. Nehmt euch auch wieder, wie lange geht's mit, Leute. Ich hab ja schon genug drauf. Jo. Jo, also die hat jetzt schon alles höher, als bei diesem großen Skar, wo ich drauf saß. Ich würd' sagen, wir können noch was reden, oder? Die sind fertig. Ne, fehlt noch. Ne. Ah ne, okay, 60%. Okay, so ne halbe Stunde, ne Stunde, kann man dann noch. Ja, das passt ja zeitlich eigentlich. Dann versuch ich intern von ne Stunde ein Ziel zu finden zum Raiden. Dann leveln wir dich noch schnell hoch und dann mach mal Attacke. Wer weit die ganzen Farben hier raus? Was farbe ich grad? Mir ist egal. So. Aber ich, ich kann auch alleine. Also ich, ich mache extra mir nen Saber, der nur auf Mufmesslied und Samina das gilt es. Bei den ganzen Katzen hier? Bei mir, hier, in der Luft, hier, bei den ganzen Katzen. So, Moment, wie schnell ist denn hier? Ich muss erst mal umbenennen. Äh. Bitter. Probier mal mit und ohne, super. Jo, mach's gleich. Wir müssen auf einem Stargate. Alter, du Lensspeed. Der kommt. Äh, ne es geht nicht, ich muss es so anwählen. Wieso? Lensspeed, 140er Team. Ne, wie ist Spino. Wo? Ich bin da, ich hab nen Stargate gesetzt. Ok, ich komme. Moment, ich schau mich auf den T-Rex. Wo ist 1A? Wo ist 1A? Hier ist ja. Okay, ich fürchte, du musst doch einmal anwählen. Äh, ist nicht rein. Ja, der ist zu schnell. Also ohne Bohler wird das nix. Ja, aber den kriegst du kaum gebohlert hier. Ah, die haben den Spino auch nicht bekommen. Verdammt! Hattest du den entdeckt und dann kamen die, oder wie war das? Äh, die waren mir hinterher schon, ein paar Meter vorher. Und dann bin ich weggebrannt und da hab ich den Spino entdeckt währenddessen. Boah, warum ist der Vieh immer kacken? Top ihm! Der ist wieder hier. Wurden, Ryan. Äh, wir sind hier in dem Weg da weiter, genau da, wo mal Wurfen lang ist. Hast du mal Wurfen zu vielleicht gesehen? Den Lavafluss. Ich tuelle nach Mascha, wo ist dasuma? Bist du von uns? Ja, wir sind hier wieder, oder? Ja, ich kann das. Ich muss das Zeug aus innovateern. Ich bin ein paar Jahre alt, warum ich erwarte, dass ich dann auch die Wurfen und schierf habe. Ich kann das nicht so viel mitfalten. Und dann verlieren wir, oder? Ich kann das nicht nicht so viel mitfalten. Aber wir haben ja auch auch viel mitfalten. Ich kann das nicht nur noch einmal fest, dass die Wurfen. Ich hatte ja meine Küche, über den Spino ist. ab Mose im blauen Prozent ihr habt auch noch ein Bild von Jablo der Opel ist nur ich habe auch noch ein so mit drei ich habe sein so ein Stück vielleicht so äh ja ja achso cool macht spannend ja ich hab's verstanden 145er Schlange kann man die tamen? naja ja geil geil aber wo der eine Grinder hier hin ist das würd mich mal interessieren ist auf einmal mitten in der Base ein Grinder verschwunden inklusive Inhalt was? wie geht das? ja eigentlich vor zwei Stunden oder so ne 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 den einen musste ich abreißen weil der einen Kühler dazwischen festgesteckt hat und ich hab alles vorher umgeladen in den anderen Grinder ah ok aber Ryan aber ihr habt doch nie was gesagt? doch wir haben gefragt keiner hat was gesagt also war ich bestimmt nicht da bevor du vorhast umzuziehen und die Base mitnimmst bescheid geben bitte mach ich sag ich oder 66 so ne super Forge kann man mal melden ich hatte schon gedacht es gibt ein Grinder Limit irgendwie oder irgendwas ich dachte es gibt ein Bug oder so weil ich hätte nämlich oben auch eingebaut und auf einmal war der unten weg ich denk hä bist du doof oder? dann hatte ich doch Kirali gemacht ob da unten nicht einer stand und dann meint sie ja da stand einer ich sag ja ich bin doch nicht doof so André jetzt weißt du mal wie wir uns die ganze Zeit fühlen hör mal es stand hier nicht grad noch irgendwas kann einer das Polymer wieder anschmeißen weil ich hab's noch nicht gelernt ich find's gleich umzuziehen wieder jup das wird übrigens eiskalt nochmal das muss ich ja sowieso vorbei im Eisberg eiskalt am Eisberg wach 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 André? würdest du mein Tiger auch so weiß antinseln wie dein? du bist raus oder von der Welt das kann ich tun wie der von wo ihr doch die Diablos gekühlt habt den dritten den ihr gekühlt habt das war keiner von Diabolo das war einer von Sub-Zero oh es tut mir leid ich bin nebenbei wie is that what? Sub-Zero mhm mhm auch sehr hübsch also das jetzt ist aus ja es ist aus ja es ist aus ja also wahrscheinlich wäre die Regelung irgendwie cool dass jeder für sein eigenes Schild verantwortlich ist außer in Notfällen mhm sonst kommt dann nämlich auch noch wo dass einer anmacht der andere aus und noch puh ja uff bin durch kannst du das anmachen Anni ist dein Ernst? hast du gehört Willi? ich knall ihn ein dafür was ist jetzt kaputt gegangen? wieso ist das da ist ein Pfeil durch da ist eben ein Spieler durchgeschwommen ha 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 lol Alter ich glaub hier so auf einmal so putz wie überhaupt so eine Base oder was? ein Hai mit Schild mit Schild er wollte bestimmt er wollte bestimmt noch mal heilen Korn Kornholdio 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 dein schönes bisher Metall Gratis Fleischlieferung würde ich sagen Danke fürs Fleisch wirst du so den Sattel den fack ich mal im Schrank ja das war ja schon das zweite Mal dass das passiert ne dass ein Hai plus Spieler bei uns in der Base tot landet Anni landet ne ja beint er hat nen Apprentice Juma Sattel uuuuuh ist aber nett dass die Leute den Loot schon zu uns her bringen ich schreib ihm mal Danke für den Loot Ei 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 wir haben grad schon beschrieben Terminator oder? Jo ich hab noch einen Saber von denen gekillt der äh runtergefallen ist also hast du auch Dings kaputt gemacht? die Port? ich glaub eine von den beiden Superfortes hab ich nicht aber warum ist der Spieler kaputt gegangen? das schild war doch aus oder nicht? versteh ich auch nicht Turrets oder es waren die Turrets was waren die Turrets von der Port? achso es waren die Turrets irgendwas hat auch geschossen das waren die Turrets das war grad in dem Moment wo Bugs gesagt hat dafür knall ich ihn ein ey ja und in dem Moment macht das ein bop bop ich dachte das war Bugs ey er sagt er wollte grad gucken wem's gehört und da ging's plötzlich an und der ist durch witzig ja Turrets funktionieren was oh hier ist so eine Giga pass auf Lutz ja Giga an der Wand das ist ein T-Rex echt? ja kann's gleich ein Giga sein weiß ich nicht kann's doch mal fragen das ist ein Giga Lutz ich hab's auf Band bist du so auf der Schulter? bist du Giga? bist du noch von mir dabei? äh ja ich hab den Giga noch auf Band nochmal damit du es sehst aber ja wie tot du schon warst jo ähm das das Tor zum an der Mauer zum Teleporter muss man eine Antwort zu machen ist ist sonst schwierig mit Drecks Aber dann fängt 이런 sie zu benutzen mit der Mauer alles ist das schon so ich hab gedacht 如 cho das zurückmachen later weiter wird gut ne und da ist es mein ja habem an bibel Aber wenn ich sie anwenden kann, dann sagt er eigentlich noch da Wie weiss denn, wenn wir das Stargate bei der Base hier runter stellen, wo die alle Smitty waren, alles? Ja, ich weiß so, oder wir stellen da noch einen Sinn oder so Jetzt ist ja ein 125er viel mehr Rino Das ist so heißlich, ohne durchgucken, oder? Das ist ein bisschen mehr was besseres Das war ganz schön knapp gewillt Ich bin gerade bei Piguin Muss ja die Übers aufpassen, weil hier ist Imperium, hier ist Crusaders, hier sind Famous Ich würde mir gerne abfragen, das ist jetzt an meinem Stargate Oh, ich weiss, hier ist ein Spino, von dem 308, freche Frischchen Was ist denn der Spino jetzt hin? Sind der jetzt um die Ecke? Da haben wir doch ein Stargate, oder? Ja Ja, ich werde schon angegriffen Ist das, äh, am, äh, am, äh, am Strand? Ähm, das ist der rechte Lava-Fluss Genau rechts daneben ist der Im Süden Warte, ich werde hier gerade angegriffen Äh, ich muss erstmal nach Hause kommen Ja, wobei, das kann ich direkt angehen Äh, Eiswerk hast du jetzt gerade leergefahren, oder? Ähm, komm einfach in 5 Minuten nochmal vorbei Okay, kommst du auch hin? Ja, ich, ich, ich will mich jetzt durch, ich brauch aber auch Ich schieß mal nicht gerne drauf Ich bin doch gar nicht durchgelaufen! Oh, dieser Scheiß-Meg, alter Okay, mich bitte looten Ja Ja, der Leck hat mich Ich stand davor Ich bin halt so ein bisschen rumgetannt So, Fehler Bugs war super Ich kann mir nicht drauf zusagen Ich auch nicht Können wir den mal wegziehen? Geht auch nicht Okay Beam, du bist buggy Damina Ja, fress nicht auf, Leute Stelltest du sie jetzt drüben, oder? Oh, da ist der Giga in der Wand Ja, genau musst du die Giga noch abholen Ich hab den gerade durchgeschickt Äh Musst du auch was sagen, weil, hast du den noch Follower gehabt? Naja Läscht der jetzt irgendwo rum Oh Leute Müsst du gucken am Tamminggehege Der hat 270% Movement Speed Ja, da steht er Gut Lauf nach rechts Lauf über den, über den Steinweg Ja, ich kann kaum noch laufen Welches Star jetzt soll ich anwählen für eure Vulkaninsel? Auffressen geht auch nicht Ja, Rino hält doch nicht viel aus Okay Lutsch hinter dir Nein, er rennt Also der Rex hat jetzt mehrere Volltreffer gekriegt Naja, wenn sie Force fieten, bringt das nichts, ne? Ja, weil der Spieler oben drauf vielleicht, wegen dem Flächenschaden Ja, dann ist es gut Und Level 110, Dodo Mitnehmen T-Rex und Rino und Typ mit Vervola hier, am Strand Ja, aber seid vorsichtig, ne? Wir können jetzt nicht hier rücken Ja, wir sind mit 5,6 Leuten hier jetzt Das kriegen wir hin Das kriegen wir hin Wer hat da mal ne, ähm, ähm, weiß nicht Versucht gleich mal mit Poisongranate Seid ihr? Ja, beziehungsweise ich hab hier so ein Dingsgewehr Ja, kann ich die betäubeln, die Tiger von denen? Oder T-Rex? Wer seid ihr jetzt? Wir laufen dem Rino hinterher Ja, der ist aber verdammt schnell Oh, geht Ja, den musst du halt einmal bekommen Das ist Kokomon hier, hm? Hm, leck Wo? Wo ist er weg? Oh, krassen Wechsel, ey Da vorne schon Versuch den einzufangen Wie ne große Kralle Seid ihr rechts entlang vom Doppellava-Fluss? Also süden rechts? Oder süden links? Wir sind genau, äh, der rechte Lava-Fluss, ähm, der ist im Dack hochgelaufen Okay Okay, ich seh da einen Wolf und einen Trieger Ah, ich seh euch Ich hab jedes Mal Probleme in die Dace zu finden, ja Komm schon, lauf rein, lauf rein Achtung, da ist ne Kralle auf dem Boden Alter Wow Boah, ich krieg den einfach nicht rein Oh, jetzt sind die ja schon mit zwei Wechsel Ja, die werden jetzt immer mehr und mehr und mehr Wahrscheinlich Verstärkung holen Ähm Pass doch auf die Fallen, glaub ich, ich setz da einfach Hm? Ähm Ich muss nur einmal in diese Falle rennen Dann sind die, dann sind die T-Rex in der Geschichte Er hat runtergelaufen, ist doch auf Wandering Äh Ja Oh cool Also Chris war's, ich... Seinen T-Rex hier in der letzten Staffel Warte mal, ich guck mal In Treiblock Mega Luceros Jetzt seh ich hier schon drei T-Rexe, oder... Ja, einer davon bin ich Ah, okay, ich seh den Namen nicht Dann einer, vor die Base kommen Okay Mich einladen Ja, okay Wie, der T-Rex von dem blutet aber ja schon, ne? Ja, der eine geht stiften hier Der eine hier Ja, ich hab grad ne Rakete Da scheint auch kein... der... frei... Der hat auch kein Stamina mehr Achtung, dass Reno kommt Achtung, 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 Cidia Bitte Willst du die Katze nennen? Ähm... Ja, ich weiß nicht Ich würd mich halt schnell auf den Dino hauen und mitmachen wollen Braucht nur ne Rüstung Baxi, ich bin bei Das Reno blutet echt gut schon Danke André Ja